... das Telt oder sowas, aber... Es ist Kotze. Sorry, ich bin wieder da. Ach, Mann. Scheiß Maus. Wieso frisst du dich nicht durch einfach? Ich will nicht abspringen. Ach so, er hat schon wieder die Springtaste hat sich schon wieder verhakt. Ach Gott, nein. Jetzt hört er nicht auf zu springen. Ja, ist gut. Ja, jetzt hör auf zu springen, Kumpel. Nein? Ach so, ich muss nach oben, muss ich ja verspringen. Na, einmal drücken reicht. Okay, dann ist er wieder fertig. Und dann kriegt er das Key-Up-Event. Ja, ja, ja. Okay. Und nächstes Capital. Okay, und... Das wird nix. Das wird nix. Ich bin zu spät losgelaufen. Ja. Ja, und jetzt wisst ihr schon, was kommt. Im Prinzip. Ich bin jetzt gerade zu spät losgelaufen, deswegen habe ich es nicht mehr geschafft. Es wird nämlich ziemlich eng. Und Mund auf. Ja, okay. Ich bin Säure-Boy. Yeah. Ich kann Säure kotzen und fressen und scheißen, Alter. Ja, diese Säure verhält sich im Prinzip genauso wie grüne Kotze. Nichts besonderes im Prinzip. Aber überleben kann halt nur der hier. Und der guckt halt geil. Hallo. Ich bin der Säure-Boy. Ah, 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 ah. Bäh. Nimm mal, Bäh sieht anders aus. Bäh. Bäh. Ja. Ne. Jetzt. Nein. Ich muss jetzt alles runter kotzen, weil ich natürlich darin schwimmen möchte. So wie im ersten Kapitel das öfter mal war. Was jetzt hier gar nicht mehr so vorkam. Äh, okay. Das sollte eigentlich funktionieren. Okay. Okay, das war nix. Dann ein bisschen runter. Und hopp. Oh. Jetzt rüber. Ja. Okay. Das war's. Und. Säure-Boy. Okay, damit kennt ihr alle Formen. Und dieses Kapitel ist ein bisschen schwieriger, soweit ich mich erinnern kann, teilweise. Ah ja, und natürlich kann meine Kotze auch folgendes. Und ich kann mich damit reinstellen. Und wenn mir die Kotze zu weit geht, also die Kotze frisst sich immer weiter durch, dann kann ich sie einfach aufwessen. So, dass er halt nicht zu viel wegbrennt. Ja. Sehr, sehr nice. Ja, das ist immer dumm. Man muss immer... Upp. Vorsichtig sein, dass halt unter einem nicht zu schnell weggeht. Okay. Da unten komme ich jetzt nicht mehr hin. Und... Piu! Okay. Und weg. Wunderbare Angelegenheit. Ja, ja. Mit Säure ist man schon richtig geil aufgestellt. Schade, dass es da keine Gegner gibt, damit man Säure schön töten kann. Ah ja, okay. Das ist jetzt scheiße. Grund? Wir sind jetzt gerade in der Normalform. Das heißt, wenn wir da reinspringen, sind wir sowas von derbe tot, dass es gar nicht mehr geht. Wieso ist denn das jetzt so hackend langsam? Und jetzt. Nein, er hat den Schalter gar nicht erwischt. Und jetzt. Wieder Schalter nicht erwischt, Kumpel. Überleg dir mal, was du da machst. Wieso kannst du den Schalter nicht drücken? Jetzt. Nein! Nein, nein, nein! Ach, das ist immer der Name des Levels unten. Sacrifice. Okay. Ach, man darf nicht gleich springen drücken. Man muss kurz stehen bleiben. Ach, ja. Man muss kurz stehen bleiben, sag ich doch extra. Ja, und abspringen muss man danach. Aber sonst bringt es nichts. Okay. 43. Also es ist schon der neunte Part. Oder? Nee. Moment. Ich war vorhin falsch mit 8. Ich habe einen vergessen. Yo. Okay. Das war's. So. Gut. Ja. Also, das ist natürlich dann jetzt der neunte Part. Vorhin habe ich ja nur 3 gemacht. Und nicht 4. Hä? Dumm gerechnet. Und das ist jetzt der achte Part. Der fünfte ist jetzt am laufen. Und 3 hatte ich. Ja, der achte Mann. Was will ich denn? Ah, ich habe vorhin scheiße gequatscht. Und jetzt muss ich es ausbaden. So. Was ist denn jetzt hier die Phase? Da rüber springen. Da hoch springen. Und da hinten rüber springen. Okay. Kotze haben wir eigentlich genug. Okay. Ja. Können wir noch ein bisschen mitnehmen. Ist jetzt eigentlich nicht so ein riesen Ding. Finde ich jetzt gar nicht mal so schwierig. Also, für das letzte Kapitel ist es jetzt nichts dickes. Eigentlich. Denke ich mir. Zumindest. Ähm. Ja, okay. Der rechte links ist auch aufgegangen. Falls man nicht genug Kotze hat, kann man da nochmal lang gehen. Aber wir haben genug Kotze. Also können wir einfach hier durch. Ähm. Keine versteckten Probleme? Nö. Gut. Safe puked ein. Okay. Den habe ich noch mitgenommen. Gut. Nächstes Level. Okay. Jetzt muss ich gucken, wie ich meine Säure platziere. Günstigstenfalls eigentlich da. Öh. Ja, es ist halt schwierig. Nur einschießen. Vielleicht den nämlich wieder auch auffangen. Ähm. Ja, jetzt waren schon wieder drei. Nein, den auf keinen Fall. Nein. Nein. Okay, weg. Das hat keinen Zweck mehr. Ganz gemütlich mit der Maus. Ganz gemütlich mit der Maus. Ganz kurz nur. Dass nur einer rauskommt. Äh. Den auf jeden Fall retten. Nein, den lassen wir weg. Okay. Okay, den rechten retten. Okay. Jetzt kommt schon wieder so viel raus. Nein. Vorsicht. Okay. 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 Auf ein paar können wir verzichten, würde ich sagen. Oh Mann, ist das ein Scheiß. Man muss halt auffassen, dass ich nicht den Boden wegbrezel. Oh nein. Okay. Jetzt brich doch mal durch, du Scheiß. Der bist doch schon fast weg. Nein, nicht den. Okay. Ich kann es kaum steuern, dass ich nur einen rausmache. Okay. Einer ist weg. Okay. Gut. Gürzel. Gürzel, 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 Gürzel. Okay. Dann wollen wir mal. Ich will den da nicht reinfeuern. Bleib doch mal liegen. Okay. Gleich mal wieder wegfressen. Das passt. Okay. Naja. Mhm. Aber ich habe auch noch genug Säure übrig. Da kann ich mir eigentlich mal ruhig ein bisschen... Das muss ich eigentlich nicht so sparsam sein. Immer einschießen. Ein, 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 ein. Okay. Ein Horn. Äh, hä, hä, hä. Gott, ich mache so lustige Witze. Ha, 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 ha. Oh Gott. Und weg. Und hopp. Und hopp. Und durch. Alles klar. Ein Level geschafft. Okay. Wir haben es ja schon bald geschafft. Mein Fresse. Eins, zwei, drei, vier, fünf Level noch. Und das letzte ist ja nur so ein Durchlauflevel. Im Prinzip nur so ein... Aha. Ich bin da. Fertig. Okay. Wie ist das jetzt gemeint? Ich habe mir gar nichts zu kotzen. Okay. Ich wollte mich gerade darüber kotzen. Wann habe ich gemerkt, dass ich nichts zu kotzen habe? Hä? Was kann ich tun? Das ist ja jetzt... Ach Gott. Das habe ich gar nicht gesehen. Das sind ja schwarze Säulen. Diese habe ich gerade als Hintergrund betrachtet. Okay. Okay. Die sind ja scheiße. Vor allem, weil die saueng sind. Nein. Sag ich doch. Ich sag, die sind saueng. Haha. Reguligate. Was? Reguligating? Was für ein Scheiß. Gibt es das Wort? Upp. Nein. Ich kann natürlich auffressen, aber da kann ich nur Säure schießen. Das heißt, das nützt mir nicht so die Punkte. Ich kann sowas machen, ja. Ja, das hätte ich jetzt... Damit habe ich mich jetzt gerettet. Gut, aber... Ob mir das jetzt so die Punkte bringt? So. Ja, jetzt habe ich nämlich ein Problem. Das wird scheiße. Grund? Ich habe das... Oh, die Perle fällt runter. Okay. Das hat sich erledigt. Deshalb kommt es rüber. Ja, ich habe es geschafft. Okay. Ähm. Dann machen wir mal so. Okay. Weil ich habe ja nicht viel Kotze. Die Kotze nehmen wir kurz mit. Und dann... Machen wir hier so ein bisschen was hin. Und dann fressen wir uns hier mal satt. An dem Scheiß. Okay. Wäääh. Voll. Was? Was? Ey, das... Das ist so eine riesendicke, fette Schicht von schwarzem Schleim. Du asoziales Stück Scheiße. Oh, ich hasse dich. Ja. Ja. Okay. Und fress dich satt. Gut. Und. Gut. Okay. Dann machen wir das so hier. Ah. Ist das ein Rotz. Da denkt man, man hat genug. Weil man sich sowas aufbaut hier. Und dann weiß man nie, ob es hält. Ob es reicht. Ja, ich mache mal lieber noch was dazu. Ja, nicht da. Da. Genau. Okay. Gut. Ja, naja. Wer verbraucht, als ich gefressen habe. Na, klasse. Ähm. Ja, ich brauche irgendwie einen Platz, wo ich rauf kann. Okay, danke. Ähm. Ähm. Ja. Hm. Welchen nutzen wir jetzt? Wir haben nicht viel Kotze übrig. Oh. Oh, beinahe habe ich runtergefallen. Okay. Hm. Hm. Vielen Dank.